Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. In unserem Deutschkurs A1 für Anfänger im Kapitel 5 behandeln wir nun die Verben mit den untrennbaren Vorsilgen. Wir sind auf Blatt 5.2.1. Bitte sprechen Sie mir nach. Beispiel Besuchen, Wochenende. Besuchst du mich? Ja, ich besuche dich am Wochenende. Nummer 1. Beachtest du die Verkehrsregeln? Ja. Natürlich beachte ich die Verkehrsregeln. Ja, natürlich beachte ich die Verkehrsregeln. Nummer 2. Empfängst du deinen Gast freundlich? Empfängst du deinen Gast freundlich? Ja, natürlich. Ich empfange meinen Gast freundlich. Ja, ich empfange meinen Gast freundlich. Nummer 3. Entbehrst du dein Mobilphone? Entbehrst du dein Mobilphone? Nein. Nein. Ich entbehre mein Mobilphone nicht. Oder ja. Ich entbehre mein Mobilphone. Ich brauche es. Nummer 4. Enthältst du dich deiner Wahlstimme? Enthältst du dich deiner Wahlstimme? Nein. Nein. Meiner Stimme enthalte ich mich nicht. Nein. Meiner Stimme enthalte ich mich nicht. Ich wähle. Ich gehe wählen. Nummer 5. Erfrischen. Erfrischt dich ein Glas Wasser? Erfrischt dich ein Glas Wasser? Ja. Ein Glas Wasser erfrischt mich. Ja. Ein Glas Wasser erfrischt mich. Nummer 6. Erfüllst du deine Pflichten? Erfüllst du deine Pflichten? Ja. Natürlich erfülle ich meine Pflichten. Natürlich erfülle ich meine Pflichten. Das ist doch selbstverständlich. Bis zur nächsten Folie sage ich Ihnen Tschüss. Wenn Sie nicht wissen, welche Vorsilben abtrennbar sind und welche nicht, dann empfehle ich Ihnen unsere Grammatiktafel zu Kapitel 5 oder unsere Grammatikvideos. Tschüss. 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 Vielen Dank.